Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute haben wir hier ein Fahrzeug, was wir prüfen. Der Kunde möchte das Fahrzeug kaufen und wir prüfen die einzelnen Bauteile, dass er einfach weiß, dass er ein Fahrzeug hat, wo er nicht viel investieren muss. Aber nicht viele können zu uns kommen, denn viele sind aus Österreich, Schwarz, Süddeutschland und wenn sie ein Fahrzeug kaufen, können sie nicht mit dem Fahrzeug durch halb Deutschland zu uns kommen. Für diese Kunden bieten wir eine Fernwartung an. Das heißt, wir schicken euch ein Kabel, das sieht so aus. Ihr braucht einen Rechner mit Windows, was internetfähig ist und wenn ihr vorhabt, so ein Fahrzeug zu kaufen, dann können wir euch eine Fernwartung anbieten. Wir loggen uns auf einen Rechner ins Fahrzeug rein, ihr schließt das Kabel ans Fahrzeug an und wir können das Fahrzeug prüfen. Denn viele Bauteile, obwohl das Fahrzeug die Garantie ist oder hat, sind nicht von der Garantie betroffen, wie zum Beispiel eine Batterie oder ein Partikelfilter zum Beispiel. Diese Teile sind sehr teuer. Bei einer Prüfung können wir verschiedene Sachen prüfen. Wir können gucken, in welchem Zustand sind die Injektoren, denn jeder Injektor kostet um die 500 Euro. Wir können schauen, wie beladen ist der Partikelfilter. Wir können gucken, ob die drei Klappen klemmen oder nicht. Wie stark sind die Ventile versottet. Wir können uns angucken, in welchem Zustand ist das Automatikgetriebe. Wurde hier was gemacht oder wurde noch nie was gemacht. Das heißt, dass ihr von vornherein wisst, wie viel muss ich in das Fahrzeug investieren, damit das Fahrzeug länger lebt. Oder ist an dem Auto schon alles gemacht und das Auto ist im super Zustand und ich kann das Fahrzeug mit einem gewissen Kaufen. Sollte das Fahrzeug nicht vernünftig sein, habt ihr eine Verhandlungsgrundlage zum Händler. Ihr könnt sagen, so und so und dann kann er euch Preisnachlass anbieten. Oder ihr könnt einfach sehen, das Fahrzeug ist nichts für mich und ihr nehmt Abstand davon. Mit dem Kabel können wir auch andere Sachen anbieten. Das heißt, wenn ihr nach einem Jahr oder zwei das Auto von uns geprüft werden möchtet, können wir das kostenpflichtig machen. Ihr macht eine Vorkasseüberweisung und wir prüfen das Fahrzeug und ihr seht, was ist da mit dem Fahrzeug los. Genauso auch Updates. Updates für bestimmte Steuergelder können wir auch ebenfalls euch machen. Wenn ihr Lust habt, eine Leistungssteigerung zu bekommen, können wir das Fahrzeug vor der Leistungssteigerung prüfen und entsprechend den Zustand, die Leistungssteigerung auf das Fahrzeug programmieren. Das ist, dass das Fahrzeug einfach lange lebt und ihr trotzdem Spaß habt. Oder wenn ihr zum Beispiel Interesse habt, an der Langlebigkeit dafür zu investieren, dann kann man die Frischluftrate der AGR einfach verändern im legalen Bereich. Dann habt ihr weniger Versottung der Ansaugkanäle oder der Dreiklau. Wenn ihr an sowas Interesse habt, meldet euch gerne per E-Mail und dann werden wir euch da Informationen zukommen lassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.